Normalerweise ist es so, dass du pro Song jedes Jahr 99 Cent berappen musst, wenn du willst, dass Leute deine Songs über den Musik-Identifikationsdienst Shazam finden können. Hast du einen gewissen Output, kann da mit der Zeit einiges zusammenkommen, vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass Distro-Kit je nach Plan gerade mal 20 bzw. 36 Dollar pro Jahr kostet, egal wie viele Songs oder Alben du auf den gängigen Plattformen veröffentlichst. Wie du siehst, habe ich bei meinen Songs genau aus diesem Grund Shazam nicht hinzugefügt. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es schon, dass mein Gedresche irgendwo im Radio oder auf einer Party läuft und jemand unbedingt selbst rausfinden will, was da gerade gespielt wird. Nur jetzt kommt der Witz. Wenn ich jetzt mal einen meiner Songs starte und Shazam lauschen lasse... Ein Moment, ein äußerst kurzer, die Bälle töten sich. Dann funktioniert das Ganze trotzdem. Hä? Shazam gehört inzwischen zu Apple und offenbar können alle Songs, die du für iTunes oder Apple Music veröffentlicht hast, mit Shazam identifiziert werden. Shazam zeigt sogar gleich noch das dazugehörige Video und weitere Songs von mir an. Also all das, wofür ich eigentlich was bezahlen müsste. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob DistroKid noch nicht gecheckt hat, dass man quasi kostenlos Teil von Shazam ist oder ob das einfach Dummfang ist. Wie dem auch sei, du weißt jetzt jedenfalls, dass das rausgeschmissenes Geld ist. Was aber, wenn du Shazam wissentlich oder aus Versehen beim Veröffentlichen mitgebucht hast? Mir ist das kürzlich passiert, weil ich gesehen habe, dass es neue Streaming-Plattformen bei DistroKid gibt, auf denen meine Musik noch nicht vertreten war. Also habe ich jede einzelne meiner Veröffentlichung angeklickt und habe unter Stores bei Add to More Stores alle aufgeführten Plattformen aktiviert, nur leider bei einem Song versehentlich auch Shazam mit aktiviert. Kurze Zeit später bekam ich dann prompt die freudige Nachricht, dass mir 99 Cent in Rechnung gestellt wurden. Großartig. Na gut, halb so wild, dachte ich mir. Im Hilfebereich von DistroKid steht ja, dass ich einfach ein Support-Ticket anlegen muss und dann ist die Sache in ein paar Tagen wieder erledigt. Zu früh gefolgt. Schon am nächsten Tag bekam ich die Antwort, dass ich den betreffenden Song löschen und neu veröffentlichen müsse. Ich habe sicherheitshalber nochmal nachgehakt, wieso das dann so eindeutig auf der Hilfe-Seite steht. Ja, nee, bei Shazam ginge das wohl leider nicht so ohne weiteres, hieß es dann nochmals. Gut, wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so. Du musst in so einem Fall folgendermaßen vorgehen. Wähle den betreffenden Song in DistroKid aus, gehe auf Edit Release und klicke am Ende der Seite auf Remove this release from all stores. DistroKid weist dich hier darauf hin, dass die Streaming-Plattformen eine erneute Veröffentlichung verweigern, wenn sich dein Künstlername oder die Metadaten deines Songs bei einem Reupload geändert haben sollten. Dazu gleich mehr. Klicke nun auf Delete und warte anschließend ein paar Tage, bis du auch auf den Streaming-Plattformen den Song nicht mehr finden kannst. Wenn es dann soweit ist, gehst du in DistroKid ins Upload-Formular. Im Vergleich zu einer regulären Veröffentlichung musst du jetzt aber angeben, dass der Song schon einmal veröffentlicht wurde. Wenn du das genaue Datum nicht mehr wissen solltest, keine Panik, geh einfach auf Goodies, Protect Your Music, Vault und wähle den entsprechenden Song aus. An dieser Stelle kannst du nicht nur die ursprüngliche Audiodatei runterladen, sondern eben auch die wichtigsten Metadaten einsehen. Das Veröffentlichungsdatum war demnach der 15. Januar 2021, was ich nun im Upload-Formular übernehme. Lade das Cover-Bild hoch, lege die Sprache und das Genre fest, gib den Song-Titel ein und lade die Audiodatei hoch. Gib den Songwriter an und so weiter. Aktiviere nicht Shazam und iPhone Siri, aktiviere die Checkboxen und klicke schließlich auf Done. Wie wir anschließend sehen können, wird Shazam nun nicht mehr unter Stores gelistet. Ein paar Tage später konnte ich noch erfreulicherweise in Spotify for Artists sehen, dass zumindest Spotify die Streams der beiden Uploads zusammengeführt hat, sodass die Statistik durch die ganze Prozedur zum Glück nicht beeinflusst wurde. Ob das jetzt auch bei den anderen Streaming-Plattformen so funktioniert hat, weiß ich nicht, finde ich persönlich aber auch nicht weiter schlimm. Gelistet wird mein Song jetzt jedenfalls wieder überall und die Streaming-Einnahmen bekommst du ja in jedem Fall, auch wenn eine Plattform deine erneute Veröffentlichung als komplett neuen Song sehen würde. Was lernen wir daraus? Mach bei DistroKid am besten einen großen Bogen um Shazam und freu dich stattdessen, dass deine Musik eh bei Shazam hinterlegt wird. Eine Sache, die mich aber noch interessieren würde, in meinem Umfeld hat niemand ein iPhone. Also, falls du eins hast, kannst du ja gern mal probieren, ob du einen deiner oder meiner Songs mit Siri identifizieren kannst. Würde mich zumindest sehr interessieren, ob das wie Shazam auch dann funktioniert, wenn man den Dienst nicht hinzugebucht hat. Wenn du selbst noch nach einem Dienst suchen solltest, um deine Musik zu veröffentlichen, schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, über den du 7% Rabatt auf das erste Jahr bei DistroKid bekommst und ich eine kleine Provision. Ich hoffe, du konntest heute wieder ein bisschen was mitnehmen. Wenn dich das Thema interessiert, lass gerne einen Kommentar, einen Daumen oder ein Abo da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ahoi! Ahoi!